Hallo Roj! Hallo! Du hast hier einen sehr schönen Automat, eine menschliche Jukebox. Habe ich das richtig kapiert? Ja, also im weitesten Sinn, ja. Und kannst du erklären wie das funktioniert? Man drückt auf einen Knopf und du singst damit. Du hast ein Display, da sind die Songs drauf. Und dann wählst du einen aus, wirfst zwei Euro rein, drückst die Knöpfe, ja, und dann geht's los. Dann spiele ich das mit dieser 60er Jahre Rhythmusmaschine, begleitet und Ukulele und Gesang. Ich habe leider keine zwei Euro da, aber darf ich einfach einen Knopf drücken? Kann man machen, ja. Okay. Ich drück jetzt auf B, ja? B1, bang bang. Okay. Ich habe auf B1 gedrückt, und als Journalist kriege ich anscheinend eine Bemäßigung. Als Journalist mit einem sehr schlechten Kammer. Der 900 bitte. Ich mache alles heute. Er macht alles heute. So. Bang bang. Ja. Von Roj. Ich war fünf und sie war sechs. Wir rode auf horses made of sticks. Sie war black und ich war white. Ausatmen. Sie war immer auf Halt. Sie war doch immer. Sie war die Waffe. Und ich verkilde mir ein. mean sie war jetzt. she shot me down seasons came and changed the time when we grew up i called her mine she didn't help oh text i guess not my text i guess bang bang she shot me down bang bang i hit the ground that awful sound bang bang my baby shot me down music played and people sang just me the church better now she's gone i don't know why i tend to stay sometimes i cry she didn't even say goodbye she didn't take the time to lie bang bang she she shut me down bang bang that awful sound bang bang my baby shut me down my baby shut me down my baby she she now she's not a bad she Gut!